ja moin ihr lieben willkommen ja die deutsche youtube community gerät in bewegung es gibt eine neue aktion es gibt ein neues format und ich darf dabei sein und von daher will ich heute schon mal ein paar worte dazu sagen bevor das in den nächsten wochen denke ich mal so richtig losgeht also infos dazu jetzt hier dranbleiben hoffentlich spannend ja moin ihr lieben willkommen zurück ja es gibt ein neues format erinnert euch ja sicherlich noch an diese aktion zehn tage zehn fotos zehn youtuber ich glaube es waren insgesamt fünf staffeln wo youtuber ja für euch jeweils thema behandelt haben darüber ein video gemacht haben meins verlinke ich gerne noch mal hier oben und michael ziegern hatte das ganze jahr initiiert und jetzt hat sich michael zusammengetan mit dem gerhard und noch ein paar anderen und ein neues format ins leben gerufen das heißt deine fotozeit und das geht jetzt die tage an den start also die es wird eine homepage geben es wird ein youtube kanal geben ich verlinke das hier unten alles in der video beschreibung und die idee die dort hinter steht geht halt um veranstaltungen wo wir youtuber vor ort sein werden und die zuschauer die möglichkeit haben in ruhe mal diese youtuber kennenzulernen themen behandeln wo man sich zurückziehen kann wo es vorführungen präsentationen geben wird und da soll es auch mehrere veranstaltungen geben eine ist jetzt schon in planung video dazu findet ihr auch hier unten das wird in süddeutschland sein es soll aber auch noch andere regionen betreffen wie zum beispiel hannover für mich natürlich interessant und sehr sehr gespannt was da passiert darüber hinaus eine homepage wo es im grunde so eine heimatbasis sein wird dieser szene so habe ich das verstanden mit gastbeiträgen von uns allen mit themen mit workshops und finde ich eine ganz ausgezeichnet die idee weil gerade dieses miteinander dinge zu gestalten vielleicht ja vielleicht kommen ja doch noch mehr beiträge wo youtuber sich zusammentun ich denke mal das wäre für euch alle interessant ich denke mal es wird ein sehr sehr abwechslungsreiches programm sein mit wir sind ja alles unterschiedliche leute mit unterschiedlichen themen und tutorials interviews workshops events also dieses deine fotozeit wird im grunde so ein bisschen so eine basis werden der deutschen youtube community wo ja wir uns zusammentun und dort halt was machen ich finde es großartig und michael hat ja immer so ein händchen für solche dinge und ich habe mich sehr gefreut ich war in der ersten staffel bei der zehn tage geschichte dabei wie gesagt dass ich auch dabei sein werde und infos auch dazu findet ihr auch auf meiner homepage ich werde das darauf verlinken wenn es da irgendwas gibt wenn vielleicht diese workshop geschichten kommen oder beiträge die findet ihr auch auf meiner homepage dann natürlich auch also schaut mal hier in die video beschreibung dort findet ihr die links zu michaels videos zum kanal deine fotozeit und auch der link zur homepage die dann ja entweder wenn ihr das video sieht schon da ist oder in den nächsten tagen kommt so leid ende oktober alles starten also das als info schaut euch das ganze mal an folgt dem kanal ich glaube das wird eine spannende geschichte das mal als info für euch wünsche euch was schönes werdet und bleibt gesund und wir sehen uns dann in wälde macht's gut und tschüss